Variation der Konstanten Diese Methode ist gut geeignet für gewöhnliche Differenzialgleichungen in erster Ordnung, die linear sind. Die Differenzialgleichung kann dabei homogen oder inhomogen sein. Diesen Typ hast du genau dann, wenn du deine Differenzialgleichung in die folgende Form bringen kannst. y' plus k mal y ist gleich s. Die inhomogene Version unterscheidet sich von der homogenen Version nur dadurch, dass der alleinstehende Koeffizient, also die Störfunktion s, nicht Null ist. Dieser Typ der DGL ist also etwas komplexer zu lösen. Bei dieser Lösungsmethode machst du den Ansatz, dass die allgemeine Lösung y durch eine von x abhängige Konstante gegeben ist, multipliziert mit einer homogenen Lösung, die wir hier als yh bezeichnen. Also y ist gleich c von x mal yh. Wie du die homogene Lösung yh herausfindest, dazu musst du lediglich die Störfunktion Null setzen, s ist gleich Null, dann hast du die homogene Differenzialgleichung. Diese löst du mit der Trennung der Variablen oder direkt durch Benutzung der dazugehörigen Lösungsformel. Diesen Ansatz setzen wir in die inhomogene DGL für y ein. Die Ableitung y' wollen wir auch mit unserem Ansatz ersetzen. Dazu müssen wir zuerst unseren Ansatz nach x ableiten. Da sowohl c als auch yh von x abhängen, müssen wir die Produktregel anwenden. Das machst du, indem du einmal c ableitest und lässt yh stehen und dann lässt du c stehen und leitest yh ab. Das Ergebnis ist die gesuchte Ableitung von unserem Ansatz. Diese Ableitung setzen wir für y' in die allgemeine Form der DGL ein. Wenn du nur noch c ausklammerst, dann siehst du vielleicht, warum dieser Ansatz so geil ist. In der Klammer steht nämlich die homogene Differenzialgleichung und die ist ja Null. Der ganze Term fällt also komplett weg. Die Gleichung kannst du jetzt nach dem unbekannten Koeffizienten c' umstellen. Um jetzt nur noch die Ableitung c' zu eliminieren, müssen wir beide Seiten über x integrieren. Du weißt ja, die Integration ist quasi die Umkehrung einer Ableitung. Die rechte Seite können wir nicht konkret integrieren, weil es je nach Problem unterschiedlich ist. Deshalb lassen wir die rechte Seite so stehen. Die linke Seite dagegen lässt sich integrieren und ergibt zusätzlich eine Integrationskonstante. Diese packen wir direkt auf die rechte Seite und definieren sie zum Beispiel als Konstante a. Wenn du jetzt nur noch den herausgefundenen Koeffizienten c in den ursprünglichen Ansatz einsetzt, dann bekommst du die allgemeine Lösung einer gewöhnlichen inhomogenen Differenzialgleichung erster Ordnung. Nehmen wir zum Spaß ein Beispiel aus der Elektrotechnik. Betrachte einen Schaltkreis aus einer Spule, die durch die Induktivität L charakterisiert wird und einen in Reihe geschalteten elektrischen Widerstand r. Dann nehmen wir noch eine Spannungsquelle, die uns die Spannung U0 liefert, sobald wir den Schaltkreis mit einem Schalter schließen. Dann fließt ein zeitabhängiger Strom I durch die Spule und den Widerstand. Der Strom hat nicht sofort seinen maximalen Wert, sondern nimmt aufgrund der Lenz-Regel langsam zu. Mit Hilfe der Kirchhoff-Regeln können wir folgende Differenzialgleichung für den Strom I aufstellen. Denkt dran, dass der Punkt über dem I die erste Zeitableitung bedeutet. Das ist eine inhomogene lineare Differenzialgleichung erster Ordnung. Benutzen wir die eben hergeleitete Lösungsformel für die inhomogene DGL erster Ordnung. Die gesuchte Funktion Y entspricht hier dem Strom I. Die Störfunktion S entspricht U0 durch L und ist in diesem Fall zeitunabhängig. Die homogene Lösung bezeichnen wir mal passend mit IH. Das H steht für homogen. Als erstes müssen wir die homogene Lösung bestimmen. Diese können wir schnell mit Hilfe der Lösungsformel für die homogene Version der Differenzialgleichung berechnen. Der Koeffizient KM-Integranten entspricht hier dem konstanten Koeffizienten R durch L. Die Konstante CH dürfen wir hier weglassen, weil wir sie später E durch die Konstante A in der anderen Lösungsformel berücksichtigen. Der Koeffizient R durch L ist konstant und eine Konstante integriert bringt lediglich ein T ein. Die homogene Lösung lautet also IH ist gleich E hoch minus R durch L mal T. Setzen wir sie schon mal in die inhomogene Lösungsformel ein. Beachte, dass 1 durch E hoch minus etwas gleich E hoch etwas ist. Jetzt müssen wir noch ein Integral berechnen. Hier ist U0 durch L eine Konstante und kann vor das Integral gezogen werden. Und bei der Integration der Exponentialfunktion bleibt sie erhalten. Vor die Exponentialfunktion kommt lediglich L durch R als Faktor dazu. Und die Integrationskonstante verstecken wir in der Konstante A. Und schon haben wir die allgemeine Lösung. Diese können wir durch das Ausmultiplizieren der Klammern noch etwas vereinfachen. Die Exponentialfunktion kürzt sich weg. Um eine auf das Problem zugeschnittene Lösung zu bekommen, d.h. um die unbekannte Konstante A zu bestimmen, brauchen wir eine Anfangsbedingung. Wenn wir sagen, dass der Zeitpunkt T gleich Null der Zeitpunkt ist, bei dem der Strom I Null war, weil wir den Schalter noch nicht betätigt haben, dann lautet unsere Anfangsbedingung I von Null ist gleich Null. Setzen wir diese Anfangsbedingung in die allgemeine Lösung ein. I hoch Null ist 1. Stellen wir das Ganze nach A um und bekommen A ist gleich minus U Null durch R. Damit haben wir die konkrete Gesamtlösung erfolgreich bestimmt. A. 2. 2. 5. 6. 9.